Für günstige und sichere Coins checkt MMOGA. Yo, bevor das Video losgeht Leute, wollte ich euch sagen, checkt die Produkte von meinem neuen Sponsor ab. Koro, die haben richtig coole Bio-Produkte und das ist mein Favorite, die Sonnenblumenkern haben mit. Ein bisschen geröstet und gezuckert und ja, ich würde sagen, Link in der Beschreibung, checkt die ab und viel Spaß. Leute haben mich ausgelacht. Mert, du schaffst niemals in die Liga 1. Ey Leute, ich habe geträumt, dass Mert von der Liga 8 raus ist. Leute standen hinter mir. Leute haben mich fertig gemacht. Oh mein Gott, das waren Zeiten. Aber Leute, hört zu. Hört mir einfach zu. Es ist an der Zeit, dass Road zur Liga 1 fertig gedreht wird. Ich, Mert Mustafa Marta. Ja, ich heiße mit zweiten Namen Mustafa. Werde es in die verfluchte 1. Liga schaffen. Liga für Liga werde ich diese Scheiße mit nach Hause nehmen. Ihr glaubt es mir nicht? Shit. Oh Leute, ihr wisst gar nicht, wer ich eigentlich bin, oder? Nach einem Tor so auszurasten. Yes. Kommt. Boom. Boom. Chills. Und dann ein Tor kassieren und so auszurasten. Guck ihn dir an. Keiner nimmt ihn den Ball weg. Mann, das waren Zeiten. Und das Ganze wiederholen wir. Und ich werde mir den Titel nach Hause holen. Ihr wisst Bescheid, Leute. Bei 15.000 Dame hoch kommt immer die nächste Folge. Road zur Liga 1, Baby. Wir kommen. Kein Bock mehr, Digga. Liga 9 ist am Start. Lange kein FIFA gespielt. Mein Intro war ziemlich emotional. Oder auch nicht. Oh shit. Der Wichser scheint ziemlich gut zu sein. Oh shit. Ich hasse es zu spüren, dass mein Handy klingelt, Alter. Ich hasse das sehr leise, Mann. Gott sei Dank. Junge. Spiel einmal in deinem Leben ordentlich pass. Oh. Oh. Lauf. Lauf. Ja. 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 Wer? Schült. Oh. Das ist nur der Anfang, Mann. Ich fack alles noch, Alter. Scheißspiel. Oh. Shit. Habe ich den gerettet, Digga. Lauf, Bro. Shit. Oh. Philippe Andersen. Der Typ ist eine Maschine. Zeig uns alles, Digga. Komm. Oh. Fuck, Mann. Was für ein Fehler. Was für ein Scheißfehler. Ich... Ja. Oh. Oh. Wir haben null Uhr, Digga. Nachbarn werden mich töten. Meine Eltern werden mich töten, obwohl die im Urlaub sind. Und guck dir an. Guck dir weg. Weg. Hurensohn. Scheiß auf das, Mann. Oh. Oh. Ich dachte gerade mal, Fick. Oh. 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 Oh, nicht schon wieder, Mann. Scheiß Handy. Oh. Guck mal, ja. Geh mal rot, Digga. Zeig. Oh. Raus. Du Schlampe, Digga. Bitch. Missgeburt, Alter. Macht jetzt Pause. Jetzt macht er Pause. Gerade wo ich abgehe, macht er Pause, Digga. Ich bitte dich. Was für ein Peach ist das? Guck mal, Huren. Ich versuche auf meinem Kanal nicht zu beleidigen, Leute. Guckt ihn aber an. Guckt ihn an. So ein kleine... Oh. Nicht beleidigen, Digga. So eine kleine Muschi. Der tropft gerade von seiner Muschi. Der Wichser, Digga. Als... Oh. Komm. Lauf. 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 Sehr gut. Sehr gut. Fuck, Mann. Was ist das für ein Abschluss? Perfekt alles. Komm. Komm. Bitte. Verpiss dich mit deinem Pause. Ich bin doch gerade drin, Mann. 70. Minute, du Gött, Digga. Oh. 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 Nein. Nein. Was? Was? Oh mein Gott. Der ist nicht reingegangen. Der ist nicht reingegangen. Oh. Brudi. Nein. Los. Was? Was? Wie? Wie hat der das gemacht? Warum? Warum? Ich glaube es nicht. Ich schwöre, ich glaube es nicht. Hurensohn. Missgeburt. Gib ihm mal Endform. Gib ihm Team of the Year Karte, Digga. Zeig ihm die blaue. Gelb. Er gibt ihm gelb. All I want is bitches. Big, big booty. Ja. Ja. Fuck. Oh. Das ist es. Oh. Ja. Junge, er spielt ihn. Der andere war frei. Junge, ich schwöre, ich hätte gewonnen. Ich hätte gewonnen. Auf mein Handy gekommen. Das reimt sich sogar. Ihr wisst Bescheid, Leute. Bei 15.000 hoch kommt die nächste Folge. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich kümmere alles. Peace. 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 Peace.